Ich kann doch E-Shoppen, boah. Jetzt bin ich zack! Stehle die Sicht! Stehle die Sicht! Torfall zurücksetzen, erforderlich! Gegner bei B! Ein Gegner überlegt! Ein Gegner überlegt! Bitte hol ihn, bitte hol ihn, bitte hol ihn! Fuck, 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 what the fuck, fuck me! Fuck, what the fuck, man! One guy, man! Zeitenwechsel! Stimmt! Wurde, das ist voll schön aus, diese Gumi, ja. Was? Wen sehe ich wohl zuerst? Na ja, was war das denn? Was? Eh? Nääää? ich weiß doch einfach langsam warum versuchte hier links die rekorde zu brüchende Pietsch ich glaube ich habe noch nie ein sieg da geholt wenn wir verrichten mit oder ich bin gerade mal bei der welt auch durch meter nach oder so unnötig wenn ich nur unterfallen oder wie unnötig bitte dass ich meine zeit verliere ja das ist doch gar nicht schwer was passiert bringt das denn was bringt das denn was bringt das denn was bringt das ist alles zeitverschwendung hier digga aller oder ich komme nicht auf diese dildos ja warte mache du mann sie sind sowas von tod oder aber warum ja die das nicht bitte verliebt das nicht ja Job. Wen seh ich wohl zuerst? Hier. Nehme ihm die Sicht. Hier. Geht aber nicht. Will nicht. Letzter Leben der Verbündeter. Ein Gegner übrig. Ich lackele nicht nur überlegen. Ich bin es. Lasst euch von meinem Lächeln nicht in die Irre führen. Ich nehme das hier sehr ernst. Das ist ein Meter. Bitte, das geht lange so. Ich nehme die Kopf. Wenn du spielen willst, spiel es mir. Was mache ich, Junge? Ich bin so ein Zappel-Philipp, Digga. Ach, Tschöp. Mann, Bruder. Was guckt der denn da? Was guckt der Chamber denn da? Aber was guckt der denn, dieser Hurensohn, Chat? Besteht ihr, was ich meine? Ach, Digga. Letzter Leben der Verbündeter. Team. Was kriegt einer runter, Mann? Chamber. Zielen und abdrücken. Ganz simpel. Let's go. Let me take this up. Let me take this up. Let's go. Let me take this up. 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 Was ist das? Kein Entkommen. Was macht dieser Hurensohn? Warum chillt der nicht einfach und wir piekt zusammen? Dieser Hurensohn, du Hurensohn. Du bist so eine Minute, Alter. Unfassbar, dicker. Fick deine Mutter, du Hurensohn. Hey, what are you doing? Why you don't stay there and wait for the peek? Ich kann mich 80 Mal vom selben Dart treffen lassen, Alter. Vollidiot. Sie sind sowas von tot. Nehme ihnen die Sechze. Besser eingesetzt. Gehen, gehen, gehen. Ich fülle das an. Haben die. Gecko, Bruder. Gecko, Gecko. Du bist ein Löwe, Gecko. Ein Löwe, Gecko. 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 2 Kilo der Rück Ich kann es nicht mehr sehen. Ah. 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 Wie kann das G-148, Digga? Hatte noch nie gesehen. Ah. 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 richtig werden 80 leute sein kein entkommen kann man da machen ich sage doch lass nicht okay let's play safe ich werde ihnen alles die jacht begegnen ja 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 ich bin noch viel zu müde junge äh auch nur gut mal viel zu spät dieser Hurensohn du bist so ein also deine KD bringt dir sehr viel gerade du Hurensohn er sagt die Kugelskitzel Papa, kann du play mit? oder er wusste es Boah, Löwe Löwen Löwe ihr seid Löwen warum Ulte denn nicht? warum Ulte denn nicht? erklär mal bitte, Jet ihr Hurensohn ihr Hurensohne ihr seid Hurensohne alter Schwede seid ihr Hurensohne das ist so unfassbar, Digga ich schwöre das ist wirklich insane was hier passiert jeden Tag aufs Neue, Digga Ach, es sind solche Hurensohne es ist krank wie Hurensohn also wirklich Hurensohne einfach Hurensohne wie ich da wieder geholt wurde in der Mitte auch da ist es gegner in der Mitte gegner in der Mitte gegner in der Mitte letzter lebender Verbündeter letzter lebender Verbündeter Alter ist das es ist so eine Zeitverschwendung es ist einfach Zeitverschwendung oh, ist das insane so macht nicht mal Sinn dass ich hier weiterspiele, Digga das ist einfach Match gefunden. Was spiele ich? Boah. Macht mehr als seinen Arsch. Boah. Digga, er ist. Er ist das schon seit 50 Minuten. Digga. Seine Hände sind auch immer so weit auseinander. Seine Arme sind immer so weit auseinander, wenn er zockt, als würde der Klavier spielen. Einfach guckt ihn euch an Seine Hände Erz Yo, Alter Stop, Alter Jürgen, wart ab in der Building, Alter Hey, Yusuf, ist irgendeiner live? Wo sind die ganzen Schwänze, Mann? Ah, fuck you, bitch Danke, dass endlich mal jemand hier bei mir Fünf Dings gemacht hat Ihr könnt gleich sogar sechs machen Nee Ich hab doch gesagt, ihr braucht bei mir nicht auf vier machen Ihr könnt direkt auf sechs machen Sogar sieben, weil ich danach Valorant reingehen werde Das waren alles nur Zeitverschwendungsspiele Dieses Spiel Hätte ich auch als erstes machen können Und da hätte ich auch diesen Punkt Weißt du, was ich meine? Aber dieses Spiel ist ja eh kein Hindernis, Digga Und da hätte ich auch das Ja, das ist ja kein Hindernis Das ist ja kein Hindernis Das war's für heute. 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 Ich schwöre bei Gott, das wird mit keinem Sturm. Boah, diese Sprünge sind so Kopfschmerzen, Mann. Die bringen doch eh nix, Bruder. Das ist easy. Ich kotze einfach gleich. Das war's für heute. Los, los, los. Ja, Michi hat seine eigene Protokolle gewonnen. Er hat den Spike. Er hat einfach Geld für sich selber rausgehandelt. Er hat seine Mage wieder genommen. Das war's für heute. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. 2-2. Ich spiel gegen die krassesten Bastarde der Welt, Mann. Das ist ein Zwölfer, halt. Das wird mir selber kaum, Chad. Ich spiel genau auf derselben. Welcher Rank ist Miki? Genau auf dem Ding spiel ich auch. Jalla, Chad. Jalla, Chad. Jalla. Jalla, Chad. Jalla. 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 Ich lass mich hier nicht verraschen. Hired, er gibt einen Silver Crown. Ich spiele einfach genau auf derselben, Elow, wo Miki auch drauf spielt. Und Elie auch. 普enda Elow ist Eli. 5... Ey! T Jalla. muss ich jetzt in seinem video gucken welchen rang der ist nein welcher rang ist elium welcher rang ist miki das ist die frage das würde ich gerne wissen würde mich da auch interessieren es war zwei was mickey danke wer das gemacht hat mickey gold 2 boah wenn mickey gold 2 ist das nächste häkchen rein jetzt zeige ich mir wort wie man valorant spielt zeigt er denn nicht doch oder du hast doch als freund warum guckst du nicht weil ich in game bin man in the game ich hab noch sperre lange habe ich sperre bekommen oh gar keine sperre stark hat sich ja gelohnt warte mal was ist eddie für ein dings rang wer ist denn nun mal eddie geller nee das ist der falsche wer ist eddie noch mal hier ist mast o mast hat mutter mast ist gold 1 wie viel ehr 82 kurz vor gold 2 ok wer ist elie ich hätte sprachen gold 1 akku und dort oder das ist wieder gleich mein account ist verflucht wie heißt eliman fokus 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 eine aber ich habe elis neuen account dürfen wir eigentlich durchspielen weil ist das solche auch die jello ja ich habe den akkont leider nicht chat aber ich hole das ihr jetzt mal ich bin auf sechs angekommen ich muss walo back to back holen dann bin ich zufrieden dann kann mir keiner was vorwerfen die sache die ich nicht kann habe ich halt nicht geholt bruder ich schwöre ich wollte der fifa drauf damit ich da eine sache zu hundert prozent habe was andere nicht haben also edi hat es echt geholt hallo 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 guys what should i play i can play cypher i can play omen i can play reina oh äh brauche ein account alde hallo can you hear me gold 1 account kein silber 2 kein gold 2 kein platin 2 gold 1 ich höre mich nicht Gott geh rein jetzt man stell dich nicht so an nein mein account ist verflucht du hast so eine scheiße verstehst du es nicht lass doch so 9000 euro aufladen du bist du 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 eigentlich bei dir in der station da nein der penne der arme sein arsch stift hotel geringe bezahlung ja mani hilton hotels ja ja ich ich bock 16 uhr komm diese kraft die flasti slice Euro in CSGO einzuzahlen. Ich habe richtig Bock, Steak. Das ist das Wichtige. Ich distanziere mich, Chat. Ich bin gerade, ich bin 24 Stunden fast wach. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich distanziere mich von meinem Arsch. Ey, mein Team ist so motiviert, kann sein, ich lutsche den ein. Warte mal kurz. Ich muss erstmal hier. You want smoke? Warte mal kurz. Boah, meine Mannschaft ist motiviert, Alter, es ist genau so schön, Leute, die Dings. Ich brauche diesen Win, Leute. For Rank. For Rank, Bro. Boah, ich habe richtig Bock für mal gegen Wann zu fahren, Alter. Boah, einfach so 8.000 Euro. Boah, ja, Mann. Ich brauche jetzt irgendeinen Song, der mir so einen zweiten Frühling schreibt. Welcher Song ist es? Welcher Song kommt euch in den Kopf? Boah, ich muss gerade gar nichts tun. Boah, du verstehst das nicht. Ja, das ist so. Ich muss nix so. Das ist so, das ist so. Das ist so, das ist nur bei mir so. Ist da. Ist da. Ja, ja, ja. Das ist so, das ist so. Das ist so, das ist so. 2, 2, 1 I look back Match gefunden Mit B Sie ahnen nicht mehr herzlos, ich bin Aaaaaah Guck mal Rott, ey Rott, wir haben Rott verloren, Jett, Baxana Wir haben ihn verloren, Digga Aha Das war's Das war's El Chapporting, El Chapporting Ey Rott, du verstehst gar nicht, was dein FreeWin, bitte mach Watch Party, guck mal So schön So schön, er sagt, er sagt Sage, verkauf ich kann, ich kann für dich kaufen und so, Bruder, oh mein Gott Fiesta, Fiesta, Avanti Es ist, äh, hola, der Pendejo Du wolltest eine Nase de Cocaína von mir Ich will dich kleinen Pendejo noch razieren Ich hab dann nämlich ein, zwei stories gehört von dir Chö, was ich dann mein palate zu verkaufen auf einen Aller Mann прилied Aller Mann ё rö renner ja bei krena wake up renner und unsere gegner Ja, ich kann es nicht finden, ich kann es finden. Mein eigener Auge, ja, meine eigene Auge. Hallo Team. Wir können besser schreiten, wir gehen A, Leute. Spike platziert, ein Gegner übrig. Lade nach. Danke. Teleport bereit. Spike entschärft. Gern geschehen. Wir haben sie auf ihren Platz verwiesen, haltet sie nur dort. Ich bin noch mal weg. Hast du etwa gesagt, du? Was, Kokain? Kokain hast du? Wo kriegst du dein Zucker? Ich finde diesen Perdeck, in meiner Stadt wird nur mein Zeug verkauft. Gegner bei A. Nice. Gegner bei A. Warum habe ich mein Team gefickt? Keine Bestleistung. Ja, Gegner bei A. Ähm. Keine Bestleistung. Kannst du mich bei mir nehmen? Danke. Ich nehme ihnen die Sicht. Beide. Beide. Aber ein Haftelbritter. Ein Gegner übrig. Makellos. Den haben wir es gezeigt. Sollen wir das feiern. Meine Doppelgängerin will mich plat. Los, los, los! Willa, Mbeper, please, Uwe, I go, Vio, okay? I love you too, my brother. Willa, willa, Uwe, please, willa. Wut, wut, wut. Lade nach, Ziel mittelgesichtet. Lebebogen. Untertaker. Stele die Sicht. Nehme ihm die Sicht. Spike in der Mitte. Spike in der Mitte. Blinde. Ein Gegner übrig. Hier. Lade nach. Seid zu schwören, stell dich nicht so auf. Lade nach. Die sind ja ganz unorganismus los. Lade nach. Lade nach. Don't put the wall over. Okay. 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 Ich bin dabei! Meine Holt ist bereit! Lass sie um Gnade den Sinn. Muss los! Die kleinen Pendejos! Die Pendejos! Die Mierdas! Ich stehle die Sicht! Gegner bei A! Sie werden sich folgen! Gegner bei A! Drei auf zwei in A! Wir sind eingesetzt! Ein Gegner übrig! Vier am Boden! Wie kann man sechs Kills machen, Bruder? Ihr wolltet einen Antagonisten? Hier bin ich! Kill-Modus wird aktiviert! War ein Witz! Der ist immer! Wie geht's dir mit? Wie geht's dir mit? Das ist sowas von tot! Also das Pfleksmorgon, ey! Ich bin echt angepisst! Ich bin echt angepisst! Ich bin echt angepisst! Ich stehle die Sicht! find the wall behind the wall unlucky guys please we should let's say a all-time in der mitte verbündeter ein gegner übrig spike in b noch zehn sekunden seven manas deemina Ure Leben sind so bitter, oder... Jan-Rooh! Na-na-na-na-na-na быстро Los-los-los! Please, fuck, fuck fuck me! Fuck me, fuck me! Ah. Gegner in der Mitte. Hey. Da sind sie. Geht mir aus dem Weg. Spike platziert. Verzieh dich. Ziel entfernt. Print Granate. Aus den Latschengauen. Ein Gegner übrig. Deaktiviert. Geht mir aus. Can somebody buy me? Thank you. Ich finde ihren Cypher. Reach is tot. Sie haben eine Falle gefunden. Lauft! Ja, halt, halt, halt. Verlasse uns. Nehme ihnen die Sicht. Ja. Still heaven. Last source. Toxinschirm inaktiv. Digga, diese Viper hat mich so im Rucksack. So fühlt sich Miki also, wenn er Velo spielt. Du musst los. Das ist Miki, wenn er Velo spielt, hä? Und ich streng mich da jedes Mal an, Alter. Und diese ganzen Penderos. Die sagen nüchtig, nüchtig. Für dich, kleine Schwester. Deck mein Eier. They're full A. Die. Ihr seid hilflos. Nehme ihnen die Sicht. Spike platziert. Unterdrücke. Ein Ziel unterdrückt. Ich bin ein guter Schützer. Einer weniger. Hier lang. Das helfen wir. Energieball. Letzter Leben der Verbündeter. Und drei. Aufweak. Aufweak. Jaja, Miki hat keiner verarscht. Okay, can you somebody buy me, please? I have no money. Oh, oh. Ich brauche Ausrüstung. Bin dann mal weg. Jetzt diese Runde, Chat. Ich geh jetzt hier raus. Zwei Killz. Geh raus. Lieg wieder raus. Mach wieder ein Kill. Und hab dann drei Killz weg. So.